Um es gleich vorwegzunehmen, ich bewundere junge Menschen, die Priester werden wollen. Und ich bete für sie. Denn Priester in der katholischen Kirche, das ist schon seit langer Zeit kein Traumberuf mehr. In den kirchlichen Chefetagen, da freut man sich himmlisch über jeden Einzelnen, der diese mutige Berufswahl trifft. Neue Priesteramtskandidaten, die werden seit Jahren verzweifelt gesucht. Während Anfang der 60er Jahre in Deutschland noch über 500 Priester jährlich geweiht wurden, da sind es in den aktuellen Weihjahrgängen weit weniger als 100 Neupriester. Da kommt keine richtige Freude auf. Zumal gute Priester händeringend in der Seelsorge landauf und landab benötigt werden. Die Analysen und wissenschaftlichen Untersuchungen über den Priestermangel, die füllen mittlerweile ganze Bände. Und am mangelnden Gebet für die geistlichen Berufe, da sollte es eigentlich auch nicht liegen. Was also ist zu tun, wenn die Erntearbeiter im Weinbech des Herrn ausbleiben? Die Aufhebung des Pflichtzölibats ist keine Patentlösung, aber wäre zumindest ein nötiger Anfang, der jetzt auch laut gedacht werden darf. Und sogar linientreue Kirchenmänner betätigen sich in Sachen Pflichtzölibat inzwischen als Freischwimmer. Da selbst mächtige Kardinäle wie der Münchner Kardinal Marx sich nun auch ganz gut verheiratete Priester vorstellen kann, da deutet sich eine gut katholische Zeitwende an. Warum eigentlich auch nicht? Der Zölibat, der ist kein Dogma. Die Not des Priestermangels, die ist riesengroß. Da sollte doch was möglich sein. Vielleicht? Nein, hoffentlich darf man schon bald mit Galilee ausrufen. Und sie bewegt sich doch.